Ich stehe hier heute mit unserem frisch ernannten Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Hubertus, wir sind ja quasi Nachbarn und ich bin ein bisschen stolz, dass der Abgeordnete, der seinen Wahlkreis in Peine hat, also direkt im Anschluss an unseren Landkreis, jetzt in so einem wichtigen Bereich, der ja auch für uns Bedeutung hat, Minister geworden ist. Was sind so für dich die großen Punkte, die du dir als erstes vorgenommen hast im neuen Amt? Es geht um Arbeit, natürlich um die Zukunft der Arbeit, um gute Arbeit zu ordentlichen Löhnen. Aber Zukunft der Arbeit heißt vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass in Zeiten der Digitalisierung die Menschen Anschluss finden, Arbeit und Qualifikationen dafür da ist. Es geht aber auch um soziale Sicherheit, um einen Sozialstaat, auf den die Menschen sich gerade in turbulenten Zeiten verlassen können. Wenn es zum Beispiel um die Rente geht, es wird eine wesentliche Aufgabe sein, das Rentenniveau zu stabilisieren. Und am Ende des Tages geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt, um ein Land, in dem alle Menschen die gleichen Chancen haben, teilzuhaben am Wohlstand des Landes. Also das wird eine Riesenaufgabe, ich freue mich drauf, wir haben uns viel vorgenommen in den nächsten Jahren. Und es wird auch unserer Heimatregion zugutekommen, weil wir von Peine, mein Wahlkreis, Zelle-Ölsten, sein Wahlkreis, Regionen sind, die strukturelle Unterstützung brauchen in den nächsten Jahren, in denen die Menschen Perspektive brauchen, in denen sich auch viel verändern wird. Und da werden wir als Sozialdemokraten, ich auch als Arbeits- und Sozialminister meinen Beitrag leisten. Ich freue mich drauf, du hast ein paar wichtige Sachen angesprochen, das eine ist Rente. Und wir haben ja im Koalitionsvertrag was verabschiedet, was es vorher noch nie gab, dass wir eine Reform machen wollen, die auch für alle die gilt, die jetzt schon Rentner und Rentnerinnen sind. Da werde ich ganz oft im Wahlkreis drauf angesprochen, da warten natürlich die Menschen, die betroffen sind, drauf. Hast du schon ein ungefähres Gespür, wie schwierig das wird durchzubringen und wann wird das etwa kommen? Wir haben jetzt ein paar Dinge, die wir unmittelbar angehen werden. Das betrifft das Rückkehrtrecht von Teilzeit und Vollzeit, das ist für viele Frauen wichtig, auch für die Altersvorsorge, weil viele in der Teilzeit Falle gefangen sind und dann auch schlechte Renten haben. Es geht jetzt unmittelbar auch an das Sicherung des Rentenniveaus. Das ist ein ganz wesentliches Thema, dass das Rentenniveau nicht weiter absinkt. Wir werden auch eine Rentenkommission einsetzen für langfristige Perspektiven. Und dann haben wir das Thema Grundrente, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die ihr Lebtag gearbeitet haben, mehr in der Tasche haben und nicht durch niedrige Löhne nur auf Grundsicherungsniveau landen. Das sind Aufgaben, die brauchen, die letzte Aufgabe brauchen ein bisschen Zeit, das wollen wir sehr sorgfältig machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns auch da unmittelbar in die Arbeit machen. Das muss kommen. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit und Fairness und Sicherheit im Alter. Herzlichen Dank, Hubertus. Gut, dass ein Sozialdemokrat in diesem wichtigen Ministerium wieder dem Ganzen vorsteht. Ich freue mich drauf. Die Region Zelle-Ulsen steht hinter dir. Auf eine gute Zusammenarbeit. Mit der tollsten Verkehrspolitik, die du mich kennst. Danke dir.